Auf den Boden! Auf den Boden! Auf den Boden! Auf den Boden! Ich denke, es wäre das Beste, wenn Sie diese Aktion jetzt abbrechen und mit erhobenen Händen rausgehen. Dann bekommen Sie bestimmt Strafmilderung. Sie, Sie haben doch Ihr Leben noch... Halt deine Fresse, hast du verstanden? Du sagst mir nicht, was ich zu tun habe. Hast du gehört? Es war ein Vorschlag. Alter, bist du meine Pädagogin? Glaubst du, wir sind wirklich so bescheuert, gehen an eine verfickte Bank und lassen uns dann ficken? Entweder wir bleiben hier und ficken die Bank oder gehen raus und lassen uns ficken. Entweder wir ficken oder lassen uns ficken. Wir ficken die Bank. Wir ficken. Wir ficken. Jetzt die Bank! Sag mal den Ben. Nein. Wie? Sag mal den Ben. Dann machst du halt kaputt. Dann ist das also gut und gewinnt deinen Pid. Gib den Pid oder ich geb dir meinen. Nimm doch meins, das Alte. Du setzt dich sofort hin. Nimm doch meinen hin. Fretz doch mal was mit dir los! Aufstehen. Sag mal den scheiß Pid, verstehst du das nicht? Eins, zwei, drei, vier. Das ist auch mein Pid. Das ist auch mein Pid. Wie hast du das vorhin gemeint? Also wie ich es gesagt habe, dass ja keiner lebend rauskommt, aber du glaubst, dass der da wieder aufsteht, he? Ich will aber noch nicht sterben. Wir sterben auch nicht. Wir lösen uns auf. Ich will mich auch nicht auflösen, Allah. Spinnst du da aus? Dann fang an zu beten. Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Kann man hier mal ein Wasser bekommen? Die Fresse. Wir spielen jetzt nur bis raus. Ab jetzt nur noch mit Schweinebacke. Wenn er nicht in 30 Minuten da ist, wird die nächste Geisel sterben. Schweinebacke? Was willst du mit Schweinebacke? Der kriegt dir seine Revanche. Fischer. Sie sind also Schweinebacke. Und wer bist du? Billy Fischer. Ich leite den Einsatz. Billy, ja? Wer heißt du wirklich? Sibylle. Sibylle. Ich will eine Dienstwaffe, eine Vesta und ich habe die Einsatzleitung. Das ist unmöglich. Sie sind suspendiert. Gut, überhaupt kein Problem. Dann fahre ich wieder. Komm, wir fahren wieder. Wollen Sie nicht erstmal einen Kaffee? Ich habe keinen Bock mehr auf Gefängnis. Bevor ich da nochmal reingehe. Lass ich mich abknallen? Oder ich töte. Alle. Es geht jetzt nur noch um mich. Verstehst du, was ich meine? Es geht nur noch um mich. Wenn du jemanden abknallen willst, nimm mich. Ich habe sowieso nicht mehr lang zu leben. Weißt du, wer hier dran ist? Wir haben Hunger. Schreib auf, du Hund. Den Döner. Und den Ayran. War das alles? Stille. 5 Gramm Koks. Bestille 5 Gramm Koks. 5 Gramm. Für Pepsi eine ganze Karton. Und ich? Du weißt. Ich bring meine Gasflaschen mit dem Lachga. Ich dir. Verstehe die Richtung. Läuft's. Was war hier? Robert. Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Hast du ein bisschen zugelegt, oder? Na, du aber auch. Ist aber schon alle bezahlt. Können wir Ihnen helfen? Ja, ich möchte zu den Jungs rein. Ja, ist nochmal zu den Jungs rein. Mit der Bestellung. Individuelle Bedürfnisse. Der eine braucht dies, der andere braucht das.